Musik 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 Ja ja Jawohl Musik Let me fat Was war jetzt? Bei dem Bild? Das stimmt und deswegen einfach mal das Radio ein bisschen lauter drehen. Wehe, das funktioniert nicht. Wie viel wäre es denn jetzt gewesen? Das sind über 160 Euro. Ja, stimmt. Alter, ist das ein Bild. Und dann so, dass er zwei voll rein mit dem macht. Und da auch jedes Mal. Das sind über 200 Euro. Du hast die geilsten Kisten ausgesucht. Für dich extra. Und das habe ich schon lange nicht mal gesehen. Ich auch. Und dann mit den Top-Symbolen. Da, zwei Top-Symbole. Soll ich draufdrücken? Ja. 263 Euro. Und jetzt bitte nochmal. Es kommt wahrscheinlich kein Bild mehr raus. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das war ja schon das Optimum. Aber schade. Das ist noch schön. Es ist noch schön. Schön. Jetzt kriegst du noch mal mal. Das war eigentlich auf der ersten gleiche Stelle. Aber komisch war trotzdem, dass er abgekackt ist. Aber das habe ich ganz oft schon gesehen. Was willst du denn noch erwarten? Das war das beste Bild, was er machen kann. 1,50 Euro, jetzt enttäuschen ist man nicht. Macht ein Forscher oder ein Mumie oder irgendwas hier oben auf. Machen Buchstaben. Danke. Komm, mach ein Vierer wenigstens. Ein Dreier auf 1,50 Euro, ey. Das ist auf 10 plus 10, zwei goldene Bücher gerade. Jetzt das fünfte Spiel. Guck, da kommt jetzt nämlich nichts mehr an. Jetzt warte mal ab. Ich muss halt mal verlängern. Schade, dass er nicht eben, dass er eben nicht verlängert hat. 50 Cent. Ja, ja, haarschau. Ja, bei mir hier vorne auch. Er hat ja vorne vorgemacht. Verlängerung nicht. Boah, schade. Boah, schade. Schön. 50, Alter. Ja. 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 Das soll ein Alpen machen. So, wie der läuft. Habe ich nicht gedacht. Der hat mir auch nichts angepasst. Ich glaube. Kurze hat er echt stark. Ist auch nicht. Komm, Verlängerung. Schade. Kuh ist echt bomb. Kuh ist echt bomb. Kuh 5,4 oder so. Das habt ihr nicht gesehen. Da oben ist der andere Kopf. 1.000 Euro. Aber das wird es auch schon. Klar. Wunderbar ist das. Warte mal, sieht man jetzt? Ja, da war er. Das war doch das, gell? Ja, das zahlt halt mies. Ja, das zahlt gar nichts. Also heute zumindest. Aber jetzt möchte ich schon mal der 1,40 und da kann auch nichts sein. Bei dir kommen auf den höheren Einsätzen immer nichts. Ja, 4. Komm, komm, komm. Jawohl. Hätte ich nicht gedacht, weil der hat heute mit dem Jot echt immer schlecht bezahlt. Komm, 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 komm. Nee, doch. Nee, ja, nee, 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 ja. Komm. Komm. Ach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch groß was macht. Komm. Vierer. Jawohl. Ja, ja. Noch ein voll. Nein. Ja, ja. Noch ein voll. Nein. Nein. Nee. Nee. Das glaube ich nicht. Oh. Nee, ja, kurz vor 100 und nicht. Ja, vielleicht noch. Aber das war's. Nee, gar nichts mehr. 88,88 Glückst du ja